Sag doch auch mal was! Du bist ein unerträglicher Querulant. Du setzt hier die ganze Zeit neben mir und alles ist scheiße. Du hast mir Highlander empfohlen. Ich habe nie Highlander gesehen. Was für ein super Film. Ich bestelle ihn mir bei Amazon. Bestelle ich mir Highlander. Hat er sich gekauft? Nicht gekauft, geliehen. Und dann gucke ich mir Highlander an und nach 10 Minuten... Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Ja, wenn du immer Leuten einen reinwürgen willst. Ja, was denn? Was möchtest du in mein Video reinschreiben? Willst du in mein Video reinschreiben, ja? Ja. Du weißt schon, dass ich hier schon die Voraufzeichnung mache, damit ich mal eben hier die Kamera fixieren kann, ne? Im Hintergrund hören Sie Thorsten, ein guter Freund, der gerne mal dazwischen labert. Hm, hm, Busen. Hallo, ich habe hier ein Paket. Wie man sieht, ist sehr klein. Äh, ich weiß das gerade nicht, was es ist. Allerdings kann es nicht viel sein. Füllt die Verpackung auf jeden Fall aus. Und wir schalten den Computer jetzt aus. Habe ich nämlich vergessen. So, guck mal. Sollte ich das wirklich anschneiden? Ich sollte das kaputt schneiden auszusehen. Ich mache das jetzt mal, wie gesagt, auf die Schnelle, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Und, ja, ich finde meine Handschuhe, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Mal gucken, was es ist hier. Und es ist... Und es ist... Das ist... Was ist das denn? Das ist eine Uhr, die ich von... Die ich auch frisch gestellt habe. Für 1,95 Euro. Ähm, ja. Sie wurde angegeben als Smartwatch, die man mit Android etc. verbinden kann. Wie wir sehen, haben wir hier... Plastikhäuse, klar. Alles Plastik. Aber anstatt einem digitalen Display, was versprochen wir, dann haben wir dies hier. Und ich denke mal, ihr seht das schon, was ich meine. Denn wir haben hier garantiert keine Smartwatch. Sondern ein ganz billiges LED-Uhrwerk, wie man sehen kann. Was dann aber halt auf Knopfhunk anspringt. Und auch nicht. So. Allerdings dann halt... Bin ich... Bin ich jetzt beschissen geworden, oder nicht? Wie gesagt, ich habe... Ich habe mal Müll jetzt zum Test bestellt. 1,95 Euro war es insgesamt. Ja. Und das kommt aber rum. Ebenfalls hören wir hier... Moment. Wo ich habe welche. Und... Müll. Absoluter Müll. Aber natürlich hat der Müll ja auch seine Vorzüge, weil... Wir haben noch eine Schutzfolie. Und... Wenn ich die jetzt mal dran mache... Ich weiß gar nicht, wie ich die dann machen soll. Also stiltechnisch sieht es ja jetzt gar nicht so schlimm aus. Obwohl doch eigentlich schon, ehrlich gesagt. Ich... Äh... Das Verschlussding funktioniert auch nicht. Ja. Wie ich sagte... Kauf nicht zwar Wisch. Das ist dringend. Wie ist meine Beschreibung? Nichts. Absoluter Müll. Absoluter Müll. Absoluter Müll. Gut. Danke. Bye. Bye.